Ich möchte meinen Patienten mehr bieten können und auch mehr in die Zukunft gehen. Ich möchte mehr Menschen noch begeistern, dass sie mehr für ihre Gesundheit tun. Mehr für den Patienten und mehr für unsere Praxis. Ich will auf jeden Fall mehr. Die ganze Gesellschaft entwickelt sich. Es kommen immer neue Bewegungsabläufe oder neue Innovationen dazu. Und da müssen wir einfach auf dem Laufenden bleiben. Ich glaube, ich kann nicht die Welt retten. Aber ich kann von manchen Patienten die Welt um ein ganzes Stück besser machen. Die MES ist eine tolle Möglichkeit, mein Wissen weiterzugeben, Menschen zu treffen. Da ist sehr viel Offenheit da und dadurch fühlen sich die Gäste hier auch sehr wohl. Unter anderem ich. Alles sehr beeindruckend. Es ist eine tolle Stadt. Es ist eine tolle Messe. Und für uns ist es auch die absolute Leitmesse in Deutschland. Mehr wollen, das heißt einfach ein bisschen mehr Akzeptanz. Und dass wir bessere Rahmenbedingungen erschaffen. Individueller, innovativer und genau für den Patienten zugeschnittene Therapie. Und dass der Patient dadurch auch einen Mehrwert hat. Und dieses Mehr finde ich genau hier. Und das ist ein bisschen mehr Akzeptanz. 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 Und das ist ein bisschen mehr Akzeptanz.